15 14 13 12 11 scheiße verdammt äh komm 7 6 5 4 3 so hallo zu einer anderen Runde Server Games heute wie ihr schon gehört habt mit meiner Schwester ja das bin ich genau und ähm wir spielen heute ähm da hinten Heiden Sieg ja genau Heiden Sieg genau das ist äh falls einer nicht wahr ist äh nämlich dann bist du ein Gegenstand kannst dir aussuchen welcher Gegenstand du bist ich muss mir erstmal hier kurz nen da so ne glaube ich suchen ähm wann sind hier viele drin ich du bist also ein Gegenstand und dann wirst du in eine Welt teleportiert und dann musst du dich halt irgendwo verstecken zum Beispiel du bist jetzt in orange Wolle hier glaube ich ne dann könntest du dich da jetzt irgendwo hinstellen und die anderen müssen sich dann suchen die anderen die auf der Welt sind genau und äh ich wundere mich gerade warum hier keiner raufkommt ähm einmal was gucken ob hier überhaupt noch irgendjemand draufkommt jetzt hab ich das B grad nicht gefunden ähm da nein da kann ich nicht rauf ähm da 624 da müssten eigentlich na nur weil es heute so früh ist kann es doch nicht sein dass wir es keiner spielt ja ja ähm sollten wir kurz warten ich mach hier kurz einen jump and run ja so ach da sind doch schon welche ich sehe doch welche ja dann fangen an ja es geht auch nicht wir haben erste Worte verkaufen wir schon viele 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 ok es geht jetzt gleich es geht in 120 Sekunden los also das kannst du dann ja genau äh ja 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 oh Gott den Sprung kann ich da ja immer nicht der ist auch schwer finde ich welcher der Ecksprung ich muss da rein oh nein kann ich nachversuchen ja jetzt geht's ja nicht mehr wieso weil ich entweder darauf oder darauf modieren muss das geht nicht kannst du auch wieder auf dem Block da auf den da soll ich mir wieder aufkommen nein nein ich meinte nicht na egal 40 Sekunden noch ähm da war eben so ein Blätterblock ja ja da komme ich ja nicht drauf was hier kann ich immer wieder anfangen oh cool wusste ich noch gar nicht ja man lernt immer was dazu ne ja ähm ja das tut man so kann ich gleich nachversuchen also pick your block ähm ein Ofen Kolben Bücherregal oder Eichenholz Treppe pff Eichenholz Treppe oder Bücherregal würde ich sagen ja würde ich auch sagen oder ja aber was jetzt von den beiden 6 5 was jetzt von den beiden die 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 treppe 1 fertig das war knapp ja auch so um hier muss ich ja okay gehe mal ins Gebäude über Treppe ne ja hier kann ich mich nicht jetzt drüber verstecken wir sollten doch Bücherregal nehmen ja hier sind ganz viele Bücherregale ne ja ja guck mal hier oben glaube ich wahrscheinlich eventuell die ja 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 nein nein das geht los jetzt fangen sie an zu suchen ja ja sicher ja hier sieht man mich doch sofort als Eichenholz Treppe ja ja da kommt keiner doch es kommen alle weil man denkt hier und kann hier sind ganz viele die dann geht das nicht und schlossen bitte äh was hat das denn gerade ich komme aber nicht raus ja ich bin auf dem Tisch drin auf dem Tisch geht nicht ja dann geht das nicht ja ja hier genau hier war dann gerade eine Eichenholz Treppe Moin geht die Runde wird nicht so gut ne ich will ja mehr oder das und so drei spielen ein geh wieder ein geh wieder ein da ist noch mal eine Eichnung Treppe wo da links wenn ich das zwölf ja hier genau endlich gut dann wird es vielleicht auch gut äh dritt hä warte kann ich mich irgendwo anders hinstellen da ne es geht auch nicht da ne hoffentlich gleich sich die Treppe an das wäre toll ja man sieht das komisch aus gleich am Schwert oh da kommen viele sehr viel ähm 4 sind bis jetzt am suchen und 18 äh ok 17 haben sie schon gefunden und wir sind am suchen und noch 210 sekunden genau ähm warte wie viele kommen da jetzt gerade hier gehen alle in die Richtung ne ha oh gott oh gott oh gott okay ähm also wir machen so wir verstecken uns zwei drei mal oder auch ein bisschen mehr mal und dann suchen wir auch noch einmal ja oder wir müssen jetzt danach suchen wenn wir so wenn wir gefunden wurden müssen wir suchen ich weiß ich weiß aber wenn wir gefunden werden aber wenn wir gefunden werden wir werden nicht gefunden hoffen wir wir rennen hier alle weg ja deswegen einer kommt in die nähe einer kommt in die nähe in die nähe ne wie sollte ich auch was sein ne hier ist doch nur ein ne ich halt die eigentlich gar nicht hin passt aber da hinten jetzt passt die hin wenn ich mich wieder so umdrehen dann passt die wir nicht hin ich muss so rumbleiben oder was ich halt so gucken genau genau hier wurde gerade einer gefunden da hinten wow gut glück da hinten könnte man sich auch verstecken in dieser grube da ne also ja könnte man könnte man das gibt ja irgendwo ich habe mich bewegt hat keiner gesehen hat keiner gesehen auch gott noch 100 sekunden oh gott ja jetzt kommt immer mehr jetzt glaube ich schon zwölf da 8 oder 12 ich glaube das heißt die heiter sind ja die verstecker ja dann sind zwölf und gut gut und dann suchen und noch 80 sekunden und sechse wurden alter nein sechs sind noch nicht gefunden und 14 suchen der kommt direkt auf uns zu oh gott oh gott alter 15 ist am suchen 15 leute gucken hier und finden uns nicht so nicht einmal hier irgendwo kommt wer kann die sekunden 50 sekunden feindet fest es wissen alle dass eine schätze suchen müssen eine kiste wir sind aber keine kiste wird geschrieben auch so hat ein anderer ok ich habe mich gefunden haben gott hat mich noch nicht gefunden das war so knapp alter 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 das war so knapp noch 20 sekunden 15 14 13 12 11 schätze komm 7 6 5 4 3 2 1 boah geil jetzt sucht jetzt versuch da was zu klappen so oh gott alter war das knapp alter das war geil ähm ok ähm ja ok sollen wir nachher verstecken oder da oben ist eine gute runde ok alter war das in den letzten sieben sekunden hat uns noch einer gefunden ja aber wir können rennen also ja also wer das noch nicht kennt ne also man muss sich da halt verstecken und wenn einer den gefunden hat dann kann man auch wegrennen also ja genau haben wir eben noch nicht gesagt glaube ich oder kann sein weil ich auf jeden fall kann man doch noch wegrennen oder ihn auch schlagen ich hatte ja ein schwert bekommen irgendwann ja also man kann ihn schlagen nur das bringt nichts weil ich ein holzschwert habe das hat angriffsschaden 4 glaube ich weiß ich heute noch nicht ja und ähm mit rückstoß und ein eisenschwert äh eisenden diamantschwert haben die anderen ja und die haben einen äh einen schaden von oh pkblock äh von sieben bücherregal eichenholz eichenholz oder am bus also einmal so ein brett oder an die normal eichenhals oder am bus oder bücherregal ne am bus ist ganz scheiße ja aber da kann ich doch überall hinstellen na ok nehmen wir jetzt einfach eichenholz normal eichenholz ja also es war ja das müssen wir jetzt einfach ja weil es nicht zu hände war so achso und äh wir sehen ihn jetzt und zwar so aber all die anderen spiele sehen uns so wie das da äh jetzt müssen wir uns grad schnellen hier war ich mal als als ambos nahm was wird doch geiler gewesen hier die mit weil alles an was habe ich mich da versteckt hatte hier ja ich bin dabei ja wie denn ähm da kann ich nicht rausgucken ähm da kann ich nicht rausgucken äh geht er jetzt runter ja weil es ein schoss versteckt ist hier könnte man sich gut verstecken oder ich habe Angst sie sich an der siegelt wo ähm wenn die einen Eisenschwert haben, wie schon gesagt. Was ist das für ein Schwert, normales Holz? Ein Holzschwert mit Rückschluss 1. Ich weiß nicht, wo ich hinrennen soll. Also das finden wir echt eine schlechte Runde. Ja, man hat gesagt, das hast du eben auch schon gesagt. Ja, aber dann haben wir ein gutes Versteck gefunden und jetzt finden wir kein gutes Versteck. Oh, ich schätze, das ist einer, der auf die Kiste steckt. Okay, ich habe gerade so einen Kopf fliegt, als ob ich da um die Kurve gucken könnte. Ja, ja. Ich weiß echt nicht, wo ich hin soll. Es sind schon 7 Mal im Such. Und dumm ist er gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die sind alle so dumm, weil, guck mal, da, da, da ist frei und hier ist ein so ein Block. Außer der, genau, außer der. Der hat mich nicht berührt, Alter, das war ja sehr dumm von mir. Da kommen alle. Ja, war klar. Ja, schade. Okay, aber jetzt, guck, jetzt haben wir sind gestorben, jetzt können wir euch mal wieder was erzählen. Wenn man gestorben ist, dann muss man hier in so eine Please White-Runde. Genau. Warnhütte. Warten, dann muss, und dann wird man gleich teleportiert. Er denkt auch, da geht's weiter. Dann dachte ich auch. Dann wird man gleich teleportiert, und jetzt muss man die anderen aussuchen. Genau, jetzt, jetzt mussten wir die Blocke suchen. Aber das war auch so dumm, weil, der hat mich nicht mal berührt, der wusste nicht mal, dass ich da bin. Der wäre, wenn ich weitergegangen werde, ich nicht weggerannt. Schade, egal. Na gut, ähm. Na ja, okay. Hier, der Armbots gehört dann nicht hin. Hä? Hä, ja klar. Hä? Na ja, gut. Eigentlich doch, eigentlich könnte er da nicht hin. Ja. Dann, können die alle hier hin. Wo, hier ist kein Leiter? Noch link, 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 oder da? Ja, links auf der Auge war auch einer. Ähm. Ja. Wo? Ja, geh auch mal hoch, würde ich sagen. Nee, der war da ja eigentlich gerade, ne? Ja, aber wenn er schlecht ist, dann nicht. Was gehört hier nicht hin? Das gehört da, das gehört da hin, alles klar. Ja, halber Blocke gegangen. Also jetzt, aber jetzt könnte man auch nur das suchen, was eben da angezeigt ist. Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, es ist jetzt auch schon meine, das ist die Runde oder so. Ich glaube schon, es sind nur die Blocke, da die malgrültig und eben angezeigt wurden. Also zum Beispiel Ambos, nein, okay. Ambos, Eichenhals, 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 ein. Also einen Baum? Ja, Eichenhals halt in so normal so schon bearbeitet. Und was war das jetzt noch? ach so dass von einem Achtung offen auf der Saison 9 9 9 auf der Klinik in Europa zwei Blöcken und bestimmt also 2 um weiter wir finden nicht mehr nichts nicht schwer zum besuchen ja verstecken auch Mensch 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 wort die so ein kleiner den hat er schon ich bin unten so ok 33 jungen noch das heißt wir finden sechs suchen noch sechs sind noch nicht gefunden so und elf suchen aber ist voll unfair elf suchen und sechs und nicht gefunden hat eben waren sechs nicht gefunden und 14 oder so waren das durch oder mehr gut um ich glaube finden keinen mehr ja hier 10 10 9 auch hier haben gewonnen sehr schön haben gewonnen was heißt gg gut gehen ja gut das spiel ja klar nein das ist ja englisch gut gehen ja game als spiel ja ich weiß ja gut also ich dachte du sagst jetzt ich mich hinschreiben gs also ja ist noch ok und das war es das war es hier mit heidensieg ja ich hoffe es hat euch spaß gemacht bis zunächst bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal wenn wir wieder heidensieg spielen oder irgendetwas anderes und ähm dann sag ich nur bis zum nächsten mal und ciao hau tschüss dass Untertitelung des ZDF, 2020